Der Mann, der die Gummischuhe trägt. Schwindelig in San Francisco. Ah, guten Tag. Ich bin der Mann, der die Gummischuhe trägt. In San Francisco. Und ich bin in der Lombardstraße. Kein Krach. Das steht da auf einem Schild. Kein Krach hier. Leute wohnen hier in Häusern. Kein Krach. Oh, da ist ein Auto. Das ist die Lombardstraße. Da fahren viele Autos. Schau mal, das ist ein rotes Auto. Cool, es ist so grün. Und hier soll kein Krach sein. Kein Krach. Da fährt ein Auto in der Lombardstraße. Viele Autos. Schau mal. Oh, was ist das? Eine Geschwindigkeitsbegrenzung von fünf Mils pro Stunde. Das ist die Geschwindigkeitsbegrenzung. Hier ist die Geschwindigkeitsbegrenzung fünf Mils pro Stunde. Oh, schau mal. Das ist mein Schuh. Mein Gummischuh. Ich zeige auf etwas. Was ist das? Das ist die... Oh, das ist ein weißes Auto. Und was ist das? Was ist das? Das ist die Seilbahn. Das ist die Seilbahn in San Francisco. Es gibt viele Seilbähne. Ja, das ist die Seilbahn. Das ist cool. Ja, und das ist... Oh, da bin ich. Der Mann, der die Gummischuhe trägt. Ich tanze. Ich tanze. Ja, und ich... Jetzt? Ich marschiere. Ich marschiere. Schau mal. Ich mache einen Marsch. Und man kann auch meinen Schatten sehen. Ich tanze. Sehr langsam. Schau mal meinen Schatten an. Man kann meine Schuhe sehen, meine blaue Hose, meine weißen Socken und meinen Schatten. Das ist so schön. Ja, ich fülle mich wunderbar hier in der Lombardstraße. Und ich tanze. Ja, ich tanze. Und ich ziehe mir den Gummischuh aus. Ich ziehe mir den Gummischuh aus. Oh, was ist das? Ich zeige auf etwas. Was war das? Das hier, das ist eine Straßenlaterne. Eine Straßenlaterne in der Lombardstraße. Und das, was ist das? Das ist eine Brücke. Eine Brücke in San Francisco. Ist das die Oakland-Brücke? Hm, das ist interessant. Eine Brücke und eine Straßenlaterne in San Francisco. Oh, was mache ich? Ich fege mit einem gelben Besen und eine Schaufel. Ich fege. Ich fege den Boden. Ja, das sind Blätter. Ich fege grüne Blätter mit einem gelben Besen und eine Schaufel. Ja, ich fege. Der Mann, der die Gummischuhe trägt, fegt. Und jetzt, in der Lombardstraße. Das macht Spaß. Oh, ich falle. Ich falle. Oh, oh. Diese Straße. Oh, ich falle. Ich falle. Au. Oh, und jetzt? Ich falle nicht mehr. Ich lande auf meinen Füßen. Ja, ich lande auf meinen Füßen und ich gehe die Treppe hinunter. Nach unten. Und jetzt? Ich hüpfe. Ich hüpfe nach unten. Oh, was sind? Ah, ja. Schöne gelbe Blumen. Die sind so schön. Neben der Treppe gibt es gelbe Blumen. Schau mal auf dieser Treppe. Was? Da ist mein Schuh. Meine Gummischuhe. Und auf dieser Treppe, auf dieser Treppe, was sind das? Das sind Zitronen. Und wie viele Zitronen gibt es? Wie viele Zitronen gibt es? Eins, zwei, drei. Drei gelbe Zitronen. Aber sind sie frisch oder verdorben und faul? Ja, diese Zitronen sind verdorben und faul. Ja, gelbe Zitronen. Oh, schau mal. Was ist das? Das ist ein Tor. Ein großes, schwarzes Tor. Das ist interessant. Ja, das ist die Lombardstraße in San Francisco. Die krümmste Straße in der Welt. L-O-M-B-A-R-D. Straße. Lombardstraße. Die Lombardstraße in San Francisco. Die krümmste Straße in der Welt. Ja, das ist der Mann, der die Gummischuhe trägt. N-N-N-Nicht. Die Lombardstraße in San Francisco.